Das kam dann erst ein paar Jahre später, dass man gemeinsam auf diesen Content-ID-Zug aufgesprungen ist und sich um seine Musikrechte gekommen hat. Oh, huch! Oh, Frankie! Lange nicht mehr gesehen. Warte, warte. Und dieses Jahr ist es extra spezial, weil, kann man es glauben? Es ist unser 10. Anniversary. We created the PC Gaming Show in 2015, at a time when PC Gaming didn't have a big seat at the table of summer gaming events. But hey, the PC is mainstream now. Some would say it's cool. It's also the most vibrant and interesting place to play games. It's probably not a coincidence that other platforms look more like PCs with each passing year. To us, the last 10 years represents a golden decade for PC gaming. An era that has seen PCs enjoy the biggest library of games, continue to be the place when you are born. Frankie is super, but the tone is weird, ne? And while we've got some time before the start of the PC Gaming Show, let's take a moment to reflect on the biggest games, genres, hardware and happening. Schlecht abgemischt, ja. Ja, ne? Ich hab irgendwie so ganz komisch auf den Ohren. Okay. Moment number 10. The Witcher 3 was a universally loved generational RPG. So let's hear, what was so significant about CG Project Red's game, aside from Gerald being in the bath and repeatedly going back to that scene. Over and over again. In fact, let's head to Ted while I just get my PC out. I was way more excited for Dragon Age Inquisition at the time. And I came to The Witcher 3 late. I got it as a Christmas gift from my parents that year. It was the first time I stayed up to 4am playing a video game by accident in I don't know how long. Like I was in love with that game. And there was always one from 4am guy who would be like, why don't they make like an open world game like the Elder Scrolls but with like Bioware writing. And it's like, gee man, why don't they? And they did it. And then I went and read the books, and I was like, oh, this is all really faithful to the Polish folklore. This is actually awesome. So have a game that was so well received. And for it to be about quite like a new section of folklore, it's awesome, I love that. Ja, das vielleicht, das vielleicht, das wäre vielleicht besser, ja. Das kann sein. Witcher 3 ist so überhaupt, deine Güter ist oberhalb! Entschuldigung. Grong so oberhalb, ja. Das sage ich hier an Zeitschonen. There's many technological advances of PC gaming over the years, but you compete with the advent of DLSS. I think it's had a bigger impact than people actually expected it to. I think when it came out, it kind of got overshadowed by ray tracing and other technologies. Whereas DLSS has crept up on us and has actually been the more important, the more impactful thing. You know, you're taking a frame, a lower resolution than what you'd normally intend to run it at. You're upscaling it, but you're saving that performance. And so you just end up with more performance and it feels like a free upgrade. It's a technology that has sort of become vital in running some modern games. I think of DLSS as one of the most significant steps of, like, the 25-year evolution of GPUs, right? Like, these graphics got more and more detailed, they became more of a burden for our GPUs to render games. Gibt's davon nicht auch schon eine nächste Stufe von DLSS? Oh, that was building some kind of specialized hardware that lets us have better effects. We can do things like ray tracing and lots of artificial noise that typically would cause us to run out of fill rate, essentially, on the hardware. So we wouldn't be able to render those effects at 4K effect. Better image quality and really just improve frame rates for that given image quality too. Now, we all love a comeback story, don't we? And the next game, and I'll look back at the last 10 years of PC-Gaming Road expectations that were taller than a sandworm. Was gar nicht mehr weiterentwickelt wurde, war dieses, ähm, wie heißt es denn nochmal? Zwei Grafikkarten zusammen machen. Ja, ja, ja. Das hat auch nicht funktioniert, da waren immer Freezes dabei. Das war mein Plan, das war ja mal mein Plan, dass mein Computer sowas machen. Ja, ja, ja. Ich hatte das mal und es war furchtbar. Oh, okay. Man hat immer zwischendurch so MicroStattering drin gehabt. So ein guter Spiel. Ich hatte das mal und es war furchtbar. Oh, okay. Man hat immer zwischendurch so MicroStattering drin gehabt. So ein guter Spiel. Das hat auch unfassbar aufgeholt. Ich fand's auch damals beim Release. Gut. Ich glaub in der ersten Woche 54 Stunden, 64 Stunden gespielt. Ich hab's auch lange gespielt, aber irgendwann war's so, okay, aber warum? Irgendwann war bei mir nichts draus. Das war die Feature, die sie promised, die sie alluded to, die Leute expected, und dann way, way, way more. They just kept building on it and kept building on it. Ich denke, at this point, we're definitely in an era where a majority of games, from the biggest competitive multiplayer games to smaller games from small studios, single player stuff, like, it's all kind of expected to transform over time in some way, and that whole possibility owes a lot to the progression No Man's Sky made to this redemption story of success. Certainly, Early Access is one of the biggest examples of this, an extension of the ground work that No Man's Sky made, with Early Access being a kind of permission that games give themselves to be less than perfect at launch and improve over time. I think No Man's Sky ended up kind of being the game that people wanted Starfield to be in terms of just how big it was and how many different things you could do in it. But that really just goes to show, like, how hard and how much time it takes to build that kind of games, right? They couldn't do it at launch. So they could do it in seven more years. Is too wild. Sogar der Ton dann auch noch der andere Ton dazu, ja! Moment number seven. Now here's a subject I know a little bit about, unless you've read it recently, in which case I know absolutely nothing at all. But I have had a front row seat to some of the biggest esports tournaments in the world, and the last 10 years have been extraordinarily good for competitive gaming. You might have heard recently that the esports bubble has slightly burst, but it's a phoenix. It's coming back from the grassroots ashes, and what we're seeing are publishers giving their games to tournament organisers and to the fans and getting them to put on new tournament circuits. And that is really how you grow and sustain a scene, having experts run them and having the best players in the world want to play in them. So I can't wait to be front row at a few more tournaments in the future. But hold on. I know someone else who knows esports inside and out. Sean, how's it going over there in the studio? Oh, Frankie, I'm doing great. I'm still getting all dolled up for the show later today. Looking good, Sean. But do you mind sparing a crumb of esports knowledge? Leave it easy. Frankie, I'll just provide it to you, even though I look a little ridiculous right now. Day nine is the best, huh? What do you make of the last 10 years? The last 10 years of esports has been wild. Once the Overwatch League hit the scene and all of a sudden teams were entering in for 20, 30 million just to participate, it had this massive ripple effect across the entire industry where you started to see team valuations spiking, salaries for players spiking, new leagues coming out of nowhere that also had multi-million dollar countries. Was das für'n Kragen? Na zum Schminken. Der wird noch geschminkt. Ach so. Ich dachte, das gehört zum Hemd. Nee. Ich dachte aber, der hat einen riesigen Kragen. Nee, das sind zwei solcher Stofftücher sicherlich. Ach so. Das sieht aus wie der Kragen. Damit der weiße Kragen halt nicht dreckig wird beim Schminken. Ja, das sieht aus wie der Kragen. Das sieht aus wie der Kragen. Ja, das sieht aus wie ein Pilger. Wirklich so, ne? So, ja. E-Sport ist gerade wirklich am Platz in die Blase. Sehr leider. Mhm. Ein Kragen für ne riesige Krawatte. Würde ich auch feiern. Wär so gut. Einfach so random. Oh, hey. Ja. 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 Oh, hey. Ja. Es riecht auch ein bisschen nach Facken. Hast du jemals nach 26 gewürfelt? Nein. Ich kann sehr gut einzeln würfeln. Also, die Herausforderungen, die Kampagne, oder sogar die Vögel-Aktoren. Oh. Ja. Sie können wirklich sehen, dass sie viel Liebe an diesen Projekt. Als Performer, zu sein, zu spielen, alle iterationserungen, die du imdienst, an dieser Charakter, ist eine unglaubliche Erfahrung, weil du nicht nur eine Version des Charakter spielen, du kannst jede Version des Charakter spielen, das ist schön und sehr wunderschön. Vielen Dank für Neil Neumann. Nämlich unsere nächste Reflexion ist etwas mehr. Was ist besser als Phyloscape 3? Twitch. Moment Nummer 5. Wenn wir über Gaming als Medium sprechen, ist das jetzt so interessant, ist, wie blöd die Linie ist, wenn man ein Spiel spielen und es sehen kann. Mal sehen, was unsere Experten dazu haben. Ich glaube nicht, dass ich ein Spiel in den letzten Jahren gekauft habe, ohne zu sehen, jemanden es auf Twitch zu spielen. Gern geschehen, Leute. Ein Thema. Diesen Rucksack tragen wir gerne. Ach, einer muss es ja tun. Rein in den Supermarkt-Simulator. Ich habe eine ganze neue Welt durch die Twitch-Streamer zu spielen. Ein Welt, den ich ein Teil von bin. Spiele spielen und dann zu sehen, dass andere Leute sie spielen spielen, das entdeckert und erreichert die Erfahrung, die ich habe, mit den Spielen in generell. Und da ist das Element der Gemeinschaft. Es ist so viel Spaß, ein Spiel zu spielen und dann zu feiern, wie viel wir es lieben. Für Gamer ist Twitch schon krass. YouTube-Livestreaming könntest du eigentlich auch dazu zählen. In gewisser Hinsicht auch Facebook-Gaming. Also alles dieses Interaktive mit Zuschauern. Aber Twitch ist gut. Ja. So stay tuned. Now, as we look back at this golden era of PC-Gaming, naturally we lock eyes with some pretty big elephants in the room. Or actually, is that a llama? Moment number four. You might be thinking that Fortnite is just for your nephew or for your kids, but let me tell you, as someone who hosts the Fortnite Championship Series, you'd be right. It's only 19-year-olds winning millions of dollars, but it's very fun to play with your friends. Here to tell us more about Fortnite as some real experts. It was the first commercial battle royale to really make a mark. I think obviously PUBG had kind of run a mark that was everywhere. Fortnite launched and honestly was like terrible at launch. Ja, Fortnite ist halt echt eine Instanz geworden einfach. Das ist krass. Wir haben damals gesehen das erste Fortnite-Gameplay, wo es noch kein Battle Royale-Shooter war. Das stimmt. Und das wollte ich spielen eigentlich. Das geht jetzt auch. Ja, aber damals nicht. Ja, ja. Das ist so krass, was daraus geworden ist. Ja. Was daraus aber auch für Leben entstanden sind, wie viele Karrieren, wie viele neue Möglichkeiten für Leute. Oh ja. Das hat so viele inspiriert. Das kann man halt auch nicht, egal ob man spielt oder nicht, aber das kannst du nicht unter den Teppich kehren. Das hat riesen viel gemacht. Auf der anderen Seite sind alle. Da habe ich die Soda-Developer überhaupt mit ihrer Desktop-Mailer zu unterschreiben. Moin-Soda, ich habe Soda-Developer verstanden. Oder Soda-Developer. Ich muss an Dr. Pepper denken. Krass, Tatsache, hast recht, ja. 30 Millionen. 2016. Digga. Das ist schon krass. Ihre Augen, das eine größer, das andere kleiner. Die Propäne. Das stimmt. Das ist schon krass, das Level von Sensation, das Stardew Valley. Wunderschön. Das ist schon krass, wie sie spielen, hat sie starker Meinung über, wie sie zu romanzieren, ob sie die Community-Center-Route oder die Jojo-Mart-Route, ob sie ein Fischer oder ein Rancher oder ein anderer Weg durch die Spiel, und sie haben so viel Kontrolle über ihre Umwelt, wie sie es zu sehen. Es gibt nur diesen Gefühl von Personalisierung und einem Raum für dich, das nicht älter wird. Vielen Dank, Lauren. Es macht nicht einen schönen Tag, wenn man etwas tönt. Stardew Valley will ich noch mal spielen. Ich nicht. Das ist ganz hässlich. Meine Mutter leidet. Hat er auch schon schönere Tage, ja. Meine Mutter ist Pixelart. Hä? Stimmt, Discord hat auch einen krassen Rise hinter sich. Also ist es inzwischen kaum noch wegzudenken. Leider ja. Ich bin kein Fan von Discord, aber leider ja. Es ist einfach ein Gott send, honestly. The thing about Discord for me as an independent developer is, it's really made getting like live conversations with our community going so seamless and easy because everybody who is everybody who talks about games is already on Discord. Amazing. And we have 10,000 people on Discord. That's nuts. The problem for me with Discord is that if you have just 12 people on Discord and they're all talking to each other, you're going to get drama. So it's like the challenge for indie game developers is, yes, it's an incredible tool. It's totally low hanging fruit. Everyone has it. But you need to give resource to it literally every single day. And it's very, haha, it's demanding. It's demanding. Teamspeak ist dafür leider kein Ersatz. Tut mir leid. Aber Teamspeak wollte doch was Neues machen. Ja, ich lass mich gerne überraschen. Ja, ja. Also zumindest war das vor ein Jahr, zwei Jahren noch im Gespräch. Das ist ja quasi das neue Discord machen. Oh nein, der Kragen ist weg. Oh. Frankie, indeed, I am wearing pants. But you just can't rush this kind of beauty. Sean, I know you're already hosting the show along with our friend Mika Burton. But can we still a moment to get your thoughts on, you know, the most historically significant thing that's happened in PC gaming since 2015? For our 10th anniversary, Frankie, I wouldn't miss it for the world. Oh, 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 okay. Kann man auch, muss man leider, ja, ist es Platz 1. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß da mit ein paar Mal, ja, ja. Willst du es lauter machen? Ich mache lauter gleich während der Hauptshow. Da würde ich Streaming wirklich eher sehen, was Streaming gemacht hat. Hm, finde ich auch. Also nicht nur auf Twitch, sondern generell überall. Streaming über Discord, Streaming hier, Streaming da. Aber scheinbar ist es PC-Gaming-Show mit ihrer Streaming-Show nicht so wichtig, das Streaming. Naja. Naja, okay, klar. Lebt PUBG noch? Ja. Oh, ja. So, gleich mach ich lauter. Bei mir ist schon auf maximaler Lautstärke hier und hier. Ich hoffe, dass Day9 gleich besser gemischt ist einfach. Ja, schauen wir mal. Ich muss auch noch einen Lautstärke-Boost einschalten. Ach so, jetzt schiebe ich uns mal wieder weg. Mal gucken. Sagt ihm Bescheid, wenn ich die Kameras wieder verschieben soll? Hm? Ja, ich weiß aber nicht, in welche Ecke, wo die, welches Overlay, wo welcher Name wie angezeigt wird. Oh, okay. Oh, jetzt geht's. Ja. Oh, flashing images, meine liebsten Images. Wow, wow, wow. 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 Zehn Jahr Anniversary, ah, okay, okay. It is my pleasure to welcome you to the PC Gaming Show 2024. Wow. Once again, I am absolutely thrilled to be your host. My name is Sean Day9-Platt. We've got another great show for you, packed with trailers, exclusives, and lots of surprises, but here is what I'm most excited about. Joining me once again is the inimitable Mika Burton. Hello. Hello. D.P. goes all we need to the bayou. I'm on my way. I'm on my way. Well, thank you, Sean. I am so glad to be here and be a part of this milestone in the history of the PC Gaming Show. Seriously, like a whole decade covering the ever-changing landscape of PC Gaming and all of the incredible games during that time. That's pretty impressive. We've had a good run. Ten years is a long time, and if this show was a child, it would be slamming doors and belittling me in public and still asking for V-Bucks and Fortnite. Yeah. Well, before we take a look at the future of PC Gaming, let's get a bit nostalgic and take a look back at some of our favorite moments from the last ten years of the show. Oh, dude. Cue the emotive montage music. Oh, it's so beautiful. Well, over the years, we've featured so many great games, some of which got their start right here on the PC Gaming Show. So, who remembers some of those gems? I mean, I remember in 2021 when we turned a graphics card into a spaceship. Yeah. When we did various attempts to replace our hosts with artificial intelligence. It was an innocent time. We were so young and naive. Oh, we sure were. And what about way back when the PC Gaming Show was live, and we had developers like Dean Hall and Warren Spector, and oh my god, look at baby Day 9. Oh, and I still look like that. I mean. And who could forget the PC Gaming Show 1969, live streaming from a surface of a little white rock that we call the moon? Hey, what? Wow. I don't know if it's my dwindling oxygen levels or the fact that my internal organs are floating weightlessly around my body. It's... Man, this game is making me feel very dizzy with excitement. Houston, anything new on the RPG front? Hey, what? Who could forget the PC Gaming Show 1350, a personal favorite of mine. Now, for fans of sticks and pebbles. They're PC Gaming Show. Stools for Sticks and Pebbles 2. Developed by... Peasants. And published by Microsoft. Simply boil some water to access it on Steam. Uh, Sean, you know some of those things didn't really happen, right? Oh, of course, Mika. I know. I'm not an idiot. Moon landing. Sure. Well, we have some more exciting news. No 10th anniversary show would be complete without our favorite Brit and gaming goddess. It's none other than Frankie Ward. Frankie. Thank you so much, Mika. It's great to see you and Sean again. And to celebrate 10 years, I even got us a little cake. But I do think I speak for everyone watching when I say, could you two stop goofing around and just get to the trailers already? Well, in a second. But Frankie, riddle me this. Why aren't you, like, here with us? Well, I'm kind of expecting a pretty special delivery. Oh, I get you. Big Amazon order. Yeah, yeah. You can't miss those. Sometimes you have to sign. Right? Something a little more important. I'll be here with my unborn Mind Flayer having a watch party. Mind Flayer. And I'm just going to chill out here in the counter, have some snacks and be on hand to jump in whenever the mood takes me. Also, why are you standing there like a couple of lemons anyway? You should take a page from my book and take a load off. Oh, shoot. Oh, shoot. How long are you, two hours? Ooh, hey, Frankie. I think you're on to something. I mean, this, this is way better. Yeah, thank you, Frankie. And you know what? Thank you chair scientists everywhere. I'm glad you're both comfortable because we've got a great show today. Trailers to the most exciting upcoming PC games, exclusive world premiere announcements of brand new games, interviews and behind the scenes looks at upcoming releases and lots more. But first, let's kick off this year's 2024 PC gaming show with three huge world premiere announcements. Here we go. Drei Wölkene Bier. Oha. Was soll denn jetzt noch kommen nach Xbox? Nuggets. Ja, das ist schon sehr süß. Kipp, 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 kipp. Pale World 2. Oh. Oh. Hä? Hä? Das ist wirklich wie Pale World. Oh. Ich will das spielen. Da bist du hier der Einzige im Raum. Ja, ja, niemand will das. Farming, Pet System. Ich dachte gerade, der wird irgendwie seziert oder so. Okay. Was ist denn da für Knobbelmobbel? Oh. Hä? Ein Spröhnki. Oh. Oh. Eine Gehirnkrake. Wie süß. Das war es anscheinend wirklich. Na ja, der Baum gelebt. Ja, ne? Ja, ja. Jeder Baum lebt. Wenn du mal einen Baum umarmt hast, dann weißt du, Among the Wild. Among the Wild. Endlich hältst du die Klappe. So. Geil. Ich liebe dich. Ja. Among the Wild. Geil. Was? Von Bayer. Was? Die wollen einfach noch einen Preis gewinnen. Alles klar. Das ist der Stil von den Videos. Auf YouTube der Erklärvideos. Ja, ja, ja. Das ist ja mit kurz gesagt. Ja, bin nicht blöd. Das war's. Ich bin einpacken und ich bin einpacken. Ich bin einpacken. Jetzt bin ich zu erinnern. Und nach. Ich bin einpacken. Ist das nicht ein Placement von der One-Up oder was? Warte. Wie geil. Starbird. Okay. Kurz gesagt, ist bei uns, oder? Ja, ja. Ja. Deswegen. Okay. Ja, geil. Noch so ein Cozzy-Game. Schön. Ja. Eigentlich mal was ruhiges. Oh. Oh, okay. Color me interested. Das heißt, he is among the wild. Hm. Das sieht ziemlich cool aus, ne? Mhm. Sieht aus wie Fallout 1, nur ohne Runden-Modus und sehr schnell und geil. Oh, 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 oh. Und ein bisschen Bulletail dazwischen. Aha. Oh, okay. Lorne Veil. Jawohl. Okay. Drei Spiele, drei Einträge. Wow, Lorne Veil looks great. Same. Fantasy world with post-apocalyptic vibes, guns, but also magic. Sign me the heck up. And actually, Mika, yeah, question for you. What do you think you would become in a lawless fantasy world? Seriously. Well, I could see myself as like a ruthless bounty hunter, blasting away hordes of enemies with a six-shooter. Or maybe I'd become a silver-tongued traitor, you know, talking my way out of dangerous situations. Wait, wait, but what about me? Hmm. For you, I picture a dead body, you know? Oh, that makes sense. I mean, I would die quickly. Yeah. People have always said I look like the disco Elysium bloated corpse. Right? It really checks out. Well, in Lorne Veil, it looks like both of our visions can come true. Hey, now, Sean, since we're talking about fantasy games, lots of them let you practice alchemy, right? Sure. But how about a tycoon game that lets you practice alchemy? Oh, Mika, is your clever wordplay indicative of me getting to brew my own beer? You are so right, Sean, it is. But more than just that, in our next game, you build and manage a monastery, keep your monks happy, and create your very own ale recipes. Oh, Mika, at last, a game that caters to my desire for medieval mead-based monastery management. Roll out the barrels as we raise a goblet or two to Ale Abbey. Oh, er ist im Glauben im Bier, die Erleuchtung. Ein bisschen wie bei Food Wars. Ja. Na, Erik, das ist doch was für dich, oder? Hä? Sogar der Front stimmt. Das sieht wirklich, das sieht wirklich ganz gut aus. Hä? Diese Opa. 학 und Abbey. Aant Abbey. Aant Abbey! Ok. Peter, in diesem Jahr. Bilt? Ah, das hat man schon mal gesehen. Aha. Guckst du dir Sachen ohne mich an? Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir das bei der Pläsi-Präse gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Sieht auch unnormal gut aus. Streets of Rogue 2. Ich hatte keine Liste geführt. Ich schreib's mir jetzt mal. Letztes Jahr hat man das gesehen. Echt schon so lange her? Oh, okay. Da hab ich keine Erinnerung mehr dran. Ja, geil. 14. August. Ich hab das Gefühl, der letzte Teil des Jahres ist so vollgepackt mit Games. I told you. My name is Ringo. Tell me again, how does this thing work? You just have to combine the words. Like this. Okay, okay. Okay, okay. Whoa, whoa, whoa. Careful with the face. I guess it's just you and me now. Seems that way. Geile Idee. I've never seen the stars like this before. Well, make sure you put on your seatbelt. Mal gucken, von der Idee her finde ich's geil. Vom Stil her spricht es mich nicht ganz so an, aber die Idee ist geil. Wonder Stars. Ich bin auch gespannt auf die Umsetzung. Und ja, sieht ein bisschen Dragonball-ig aus, ne? So das Charakter-Design. Was das Gutes ist. Ja. Oh, wir haben einen Gewinner. Der Narr mit Bart hat gewonnen. Lieber Narr mit Bart. Narr! Die Xbox Series X im Halo-Design ist deine. Geil, Glückwun. Und ich hasse dich dafür, lieber Narr mit Bart. Ja, ich bann ihn bei mir. Der ist ja auch öfter bei mir. Der kommt weg. So, das war's. Mit der Xbox aber dann alleine ohne uns. Ja, frech einfach, frech. Oh nein, das Design wurde im Regen abgewaschen. Leider kommt nur eine Weiße an. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Machst du nix. Ja. Irgendwann hat auch hinten bei den ganzen Anschlüssen mit einem Messer anscheinend die ganzen Sachen kaputt gemacht. Oh. Ich schraube sie einfach mal so. Ja. Das war gut ausgerutscht. Du hast einen schönen Türstopper. Glückwunsch. Ha. Oh Mann, ich bin leidisch. Ja, aber verdient. Ja. Ja, ja, geil. Also ich freu mich. Lieber Narr mit Bart, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Narr mit Bart ist auch Erik. Nun. Nun. Schnell wieder ausloggen. Southfield. Sah auch ganz gut aus. Ich hab mit einem Auge dahin geschaut. Erfolg schon seit 2015. Ja, dann. Ja, komm. Da kann man mal gönnen. Da kann man mal gönnen. Das ist okay. Ich war in den Anfang, zu denken, dass du es nie machen würdest. Ah, du hattest dich für Antworten. Für dich, diese Jahre, würden sie in einem instant passen. Das Design wurde durch Tränen abgewaschen. Ich habe deinen Vater geholfen. Ich helfe ihm das Grundwerk für alles, was du hier hier sehen kannst. Ich bin Savi. Willkommen, Zoe. Okay. Schreib's da auf. Ich war jetzt noch ein bisschen unsicher. Das habe ich erst mal... Das letzte Bild hat mich bekommen. Okay, okay, okay. Na gut. Da haben wir ein New Blood wieder. Ah, das... Ja, ja, das haben wir schon drauf. Das haben wir schon drauf. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Ja, 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 ja. Ich such den Titel, aber der kommt eh gleich vor Aces oder so, nicht wahr? Ja, stimmt. Du hast recht gut gemerkt. Mega. Und du kannst halt auch in so Noir umstellen. Einfach im Menü sah auch super aus. Vor in Aces, nicht vor Aces. Da vorne. Da vorne ist es. Next Friday. Ja, na klar. Das ist das, was wir auch schon gesehen haben mit dem ultrakrassen Trailer und dann war es nur das RTS. Und warum war das das? Mal gucken, ich habe den Namen da überhaupt nicht gemerkt. Nee, Dieter. Weil es mir so egal war. Wann ist das mit dem Anime-Intro, ne? Nee, Stormgate hatten wir noch nicht, wird gerade geschehen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Also Battle Aces, okay. Before the Infernals invaded us on earth and destroyed human civilization, they engaged in battle with their sworn enemies, the Celestial Armada. Angelic form merged with advanced technology. The Celestials fight unlike anything we've seen, harnessing both light and darkness. We have new ways to mine resources and centralized army production. Their flying arcship cascades power, which they use to expand infrastructure, energize their army. Is that really Starcraft, oder? Man merkt ein wenig, dass sie an Starcraft gearbeitet haben, ja. It's just getting started. The Celestial Armada is this dying alien race that is moving through the galaxy. And they are ancient beings that stretch back to the origins of the universe itself. And everything from their beings to their civilization to where they live is technologically driven. And we love playing into that mechanically with how they express themselves on the battlefield in the game. With each faction that we develop, we start with a core identity. The Vanguard, we have this plucky human resistance. They're about adaptability. And with the Infernals, we really explored the idea of a unit-focused faction that could have a different way of summoning their troops into the battlefield. With the Celestials, when we started out, we really wanted to push a lot of boundaries. And we thought, how can we make a building-focused faction? And also, a faction that introduces map-wide mobility. They are anchored by this idea that they're descending into the atmosphere from the Celestial Armada. And so, when you're playing as this faction and can build structures all across the map in different places very easily, in many ways, it becomes this strategic dance about where the conflict is playing out on the map. So, we've kind of shifted the focus onto the buildings themselves. There's going to be a lot of emergent gameplay that players will discover on their own that we are not planning for. And that's actually what we want from the Celestials, is we want to give players a bunch of options, a bunch of flexibility, and a bunch of interesting toys to play with, and then see what comes out the other side. And if you're the type of player that really likes coming up with this innovative way to outsmart opponents, the Celestial faction is designed for you. With Celestials, we've really done something that is pure original thinking from this team, that is not something that we've seen before in a real-time strategy game. And it took a lot of iteration to get to the point that it felt balanced, and where it felt correctly comparable to the other two races. Stormgate is a Blizzard-style RTS, and so by saying that we're continuing the legacy of Warcraft and Starcraft, we're really looking at that core RTS experience. But we really believe that even within a Blizzard-style RTS, there's a lot of room to innovate, and there's a lot of creative boundaries that can push to bring new styles of play and new experiences for players. And so we are really excited about bringing a lot of new ideas into the genre. We want you to have this asymmetric experience, where playing one faction or another faction really feels almost like a different game entirely. Our technology runs at a higher tick rate than any real-time strategy game that's ever come before. In a nutshell, essentially what that means is, as a player, the time between clicking and seeing their actions take place is faster than any other RTS game that's really ever come out. As a player, it just feels really, really good to play. One of the biggest design challenges that we faced with Stormgate is creating a game that maintains the high-skill gameplay that has been the heart of RTS for so long, but still provides an on-ramp for new players coming in that doesn't scare them away. It's okay to be a high-skill game. It's actually a good and appealing thing. We never want to water down that aspect of RTS, but we talk a lot about lowering the skill floor, which means making it more approachable for new players coming in without taking away the high-skill elements of the game that make RTS so exciting. Early Access is much more about bringing the community along with us and benefiting from that feedback that the community provides us to really make the game what they tell us they want. We've been having conversations with the community and together, hopefully, that we really are able to craft something that feels collaborative. We're sharing it at a much earlier stage than any game that we've worked on in the past, but it is a better way to make games. I believe that Stormgate, as it evolves, will turn into something that is literally the best game that we've ever worked on as a result. We hope you've enjoyed this exclusive first look at our Celestial Faction. Stormgate's free to play, it's available to everyone and we'll be launching fully into Early Access on August 13th. But you can join us before then on July 30th by going to Steam and picking up one of our Bundles, that's available today. Das wird eventuell ein richtig gutes Spiel, ich hab gar keine Ahnung, aber wenn du's mir gezeigt hättest, hätt ich auch gedacht, das wäre eine grafische Mod für StarCraft 2. Ohne das jetzt negativ zu meinen. Sieht so aus, als wüssten die, wovon die reden. Ja. Quasi die besten Dinge von Warcraft und StarCraft mit reingemalert. Das haben sie ja auch angesprochen, ja. Das war ja. Sie sind ja selber große Fans davon und wollen, glaube ich, einfach, dass das Genre weiter schön lebt und Liebe bekommt. Nicht wie Warcraft 3 Reforged. A regularer Person would get up and answer the door, but me? I just hold this brick through my front window and whoever was knocking, runs away in terror. Bricks, they're like Spoons you can throw. Oh, I feel like I'm really starting to get you, Frankie. Der sieht so schwammig aus, der Brick, ja. Der sieht so schlecht aus, der Brick aus. My point is this, it's a really exciting time for strategy games on PC and we've got so many more to show you today. Starting right now. All you turn-based tactics fanatics out there do not want to miss this next one. Okay, Leute, streiken auf dem Mars. Ganz normal. Ist wie der Boxer-Aufstand. Mhm. Oh, das sieht aber süß aus. Das sieht wirklich ganz cool aus. Ich hab mit was anderem gerechnet irgendwie gerade. Ja, ich auch gerade. Ich muss gerade mit deinem Syndicate denken. Ja, oder X-Bom. Oder Syndicate X-Bom. Ja, ich sehe, was du meinst. Granaten zurückwerfen. Danke, cool. Oh. Oh. Überrasch mich jetzt doch. Fight for share. Oh, das... Nee, du. Marsch-Tactics. Okay, nice. Alles klar. Ich war erst abgeneigt. Jürgenshow. Ja, guck mal. Oh. Aber Frösche. Frösche sind das Thema diesen Jahres. Letztes Jahr war auch schon, ne? Ein bisschen. Ich glaube, hatten wir da auch Frösche? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Frösche sind einfach geil. Jedes Jahr ist das Jahr des Frösches. Jürgen lässt sich ausrichten. Das Spiel gefällt ihm ganz gut. Oh, danke, Jürgen. Das ist cool. Das freut mich. Perfekt. Viele Grüße empfangen. Ja. Viele Grüße zurück. Dankeschön. Cool. Es ist mit vorbei, die Kerle. Super schön. Jedes Spiel mit Frosch ist gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich mag es nicht, wenn der Wilhelmsschrei so völlig offensichtlich eingebunden ist. Oh, das war mein Gedanke. Wow. Danke. Ja, ja. So, wenn er irgendwo im Hintergrund mit dabei ist, weil ganz viele Schreie gerade da sind. Ja, dass man sich freut, wenn man den irgendwo, ne? Oh, ich glaube, ich habe hier rausgehört. Aber nicht so ins Gesicht, nicht so in ihr Face. Schon wieder Dragon Age. Ja, okay. Ja, okay. Mimimi Games haben ja einfach solche Spiele wieder schmackhaft gemacht nach Kommandos. Na gut, na gut. Wärebeer. Was ein Weltremerer. Spendieren. Spendieren. Und zu Beginn der letzten Niveau, haben wir viele auf den PC Vortrag. Sie haben viele Fortschreie schon in den letzten 10 Jahren gesehen. Wollen wir alle stats? Oh, mein Gott. Ist Master Chief eine Covenant-Killing-Machin? Es und immer will, Mika. Und in den ersten zehn Jahren, die wir in seiner Hunde wahren, die ihr trocken hat über 79,008 Sekunden von klassischen PC-Gaming von Spielen im letzten Master oranges und Regen. Und das ist nicht all, Shawn. Wir haben mit den Verloren mit версiensten Kunden gearbeitet, die die Insel genießen und die Schulzeit sehr genauen, die von der besonderen Kämpfe von der letzten Jahre abwechenden Spiele haben. Indeed. Und hey, wie eine noch ein paar paar Stats. According to chat, a whopping 98.7% of viewers tuned in live right now want us to hurry up and get on with the next trailer. So hey, can't argue with facts. No, you can't. Ah, ich mag die Moderation bei PC Gaming Show immer gerne. Hey PC Gamers, my name is Dave and I'm the director of Mighty L. Immer auch kurz vor Cringe, aber gerade so noch, dass ich es liebe. Ja, ja, ja. But with those things in mind, I cannot wait to show you our brand new expressive dance battle adventure, All Systems Dance. All Systems Dance takes the fun of freely dancing and moving through a space, combines it with some tense arena combat and a heartfelt and funny story, all in the name of taking down an evil corporation. Look, we wanted to make a game about dance because, well, we're not the greatest dancers. I'm not. But that doesn't matter. The thing about dance is that everyone can dance. And if everyone can dance and dance is what you need to save the world, then maybe everyone can save the world. Hat ja schon so ein Schaukasten, da ist so wenig drin, man. Mmh, fand ich auch gerade. Wie ein leeres Kalatschregal, was soll das, man? Und remember, the revolution will not be choreographed. Aber das Spiel sah wunderschön aus. Welcome to Port Tomorrow. Ja, ja, das haben wir schon gesehen. A perfect place for every Woosh-Citizen to work, socialize and relax. We here at Woosh have thought of everything, so you never have to do. Don't believe they're marketing and don't believe they're messaging. This is the face of Woosh. Look around. We are all trapped here on this island. We are being watched and we have to fight back. I know they outnumber us, but we've discovered their weakness. Their weakness is dance. Dance reprograms them. Dance makes them see us as more than just a number on a spreadsheet. You have to dance. You have to dance like your life depends on it. Take back control. Free yourself and feel the movement. The revolution will not be choreographed. The revolution will not be choreographed. Shit. Junge, Junge. Man sieht leider zu wenig vom Game. Ja, viel zu wenig. Wow, 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 wow. Und die? Wow. Wow. Ich bin verkauft. Ich will's. Aber das ist nicht Max. Ja, ja. Das sieht auch nicht nach dem Paketsimulator. Das sieht gelben. Was? Was? Okay. Okay. Oh, ho, ho, ho. So long? Das hatte mich ab der ersten Sekunde. Okay. Was ist das für ein Stil? Ich finde es irgendwie geil. Warum habe ich bis jetzt noch nicht gespielt? Ich glaube wir haben es auch schon mal gesehen. Aber man vergisst auch hin und wieder einige Sachen. Für mich war der Wukong Release komplett neu. Aber ich hatte schon dreimal davor gehört. Bin mir sicher. Aber ich war gestern wuuu. Oder sieht man auch irgendwo aus? Engagen ja trotzdem. Ist das ein Backroom Game? Nein. Doch. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das mit den Puppen im Kino, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Bah. 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 Okay, Mika, Pop Quiz. But I didn't study, Sean. Quiet, quiet, listen. Let's say you find yourself face-to-face with a huge mutant super soldier whose arm has been replaced by a chainsaw. Okay. What do you do? Well, if I were a mad scientist working for an evil mega corporation, you know, like you do, I would probably replace its other arm with a grappling hook. Oh my God, perfect, because that means you would fit right in at Tripwire Interactive, who have been working for years to bring us the next installment in the Killing Floor series. Now, for those of you who didn't know, the franchise has been a huge staple of the PC gaming show since its inception back in 2015. Tripwire have actually been at nine PC gaming shows. In the upcoming sequel, players will face off against a new upgraded generation of Zeds in this long-awaited co-op horror FPS. And the Zeds aren't the only things that have gotten an upgrade. To learn more, we visited those mad scientists at Tripwire Interactive for this exclusive look at the guns and gore of Killing Floor 3. Who's ready for a bit of fun? We've got a few pull-top cars coming off early and when we Cait in the 60's will probably win a bet on him. To be honest, we could have won the men who aren't going, I don't be able to make the best Roller cover of all of them right now. Now, wait for the Geil. Das sah aus wie ein anderes Doom-Core mit noch mehr Baller. Ja, aber da wird noch mehr geballert. Geil. Geil. Killing Floor ist immer Exzess einfach. Rawr. Hauzum Games 2. Schön. Action Horror would be the thing that we focused on from the beginning with Killing Floor 3. It's really about science gone wrong. I mean, even like, look at this set, right? As a kid of the 80s and 90s, I just loved the Dark Horse Aliens and Predator comics. There were some elements in there about trying to create biological weapons set in a thematically dystopian-themed world, so we wanted to tie that in. But from Predator and Aliens, one of the things that you see the most is basically a group of well-trained badasses who have to use every single bullet, every single grenade, every single weapon to handle the things that they're being faced with, these kind of insurmountable odds. Those moments are what motivate us, and that's when Killing Floor is at its best. There's just a combination of just so many small elements that we've improved over Killing Floor 2 experience. That's a freak. I'm really sad for them to kill them at one time, so the battle feels way more epic. We knew we wanted Zed to become more challenging. We're increasing how they get to you, how they damage you. So the cone of danger has essentially increased. Photocoppen with andremen. Anywhere I'm screened Zed can be. Dem Osterhasen, dem Echten. Yeah. And really learn how to marry Antoinette. It's not essentially what's closest to me, but what can get to me. Toll, Pikachu won. It's just more ways can amplify not only the action, but that horror element as well in KF3. We have a very detailed hit detection system now, and you can blow off any limb. Every bullet hole that hits it stays there permanently. Exactly where you burn the creature is where you'll see its flesh burnt. We actually have Zeds where you can blow limbs off and they'll keep fighting you, if it's not a critical spot of that Zed. Most of our Zeds have somewhat of a critical zone on it. A certain Zed tech like on the flesh pound, on his back, on his chest, they'll blow. So when you shoot that, it will explode off and expose like an inner critical zone. Or when you shoot, you kind of deal the ultimate killing blow to that Zed. I thought that Jeffy ihn treffen durfte. One thing that's always felt great in Killing Floor is shooting things in the head. We wanted there to be variety when you do that. Their heads are made up of multiple meshes so that it can essentially open up and kind of randomizes what that head could look like. There is the opening shot of Day of the Dead, where there's really just a massive tongue and maybe like a few teeth hanging there. We're a very big horror fan, so there's kind of like little Easter eggs throughout everything. That impact and that feedback and that variation makes shooting things in the head feel incredibly rewarding. We hope you enjoyed that exclusive look at Killing Floor 3. For more information, visit KillingFloor3.com and wishlist now. What a beautifully twisted and nightmarishly gory game. I've already added it to my wishlist and look at this, Mika. I've also been in their Discord for three weeks. Uh, Sean, that is the Discord for Killing Floor 3, the Mopping Simulator. Oh, I was kind of wondering why there was so little chat about killing Zeds and so much about preventing street marks on kitchen floors. Alright, let's leave Zeds behind, because in our next game there is a different type of mob filling the streets. Thousands of screaming sports fanatics. You can manage traffic, security and logistics for athletes and fans in football tycoon games Coppa City. Here's the world premier trailer. Fußballmanager damals Anstoß und so. Oh, hab ich geliebt. Bundesliga Manager Professional. Oh, so gut. Oh man. This city is about to experience a football game that could be the greatest it has ever seen. You are responsible for how it will go down in history. Get ready to host the biggest clubs from all around the world. Das bin ja auch ich. You will have to manage every single detail. Prepare for thousands of fans swarming your city. Filling the streets with energy you can only get from football fever. Okay, das könnte wirklich ein lustiges Game werden. Auswechslung droht. Oh Gott, da auch. The pressure on the organizers is rising. Can you give them what they want? Can you create a night they will remember forever? Everything comes down to your decisions. So vermehren sich Bayern Fans. Genau so. Im Stadion auch. Dort finden die Population statt und die Entbindung. what the hell is that. What the hell is that. You cannot only play with the biggest clubs. Engage thousands of fans. Carbacetide25. The first football tycoon. Als Wirtschaftssimulation würde ich es sehen, aber ich will halt nicht selber spielen müssen, ne, im Spiel. Oh, Albtraumsimulator, Alter. Oh Gott. Und irgendwo sitzt du mittendrin und hast gar keinen Bock. Ja. Oh, nee. Geil, aber. Oha. Ah, haben wir das auch schon gesehen mit dem Trailer? Ah, ja, 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 das war das. Oder? Nee, das haben wir noch nicht gesehen. Nee. Hauptsache ich habe gesagt, ah, das war das. Das ist auch so, was wir uns schon gesehen haben. Ich dachte jetzt, komm. Das ist auch so, was wir uns schon gesehen haben. Ich will jetzt eine schnupfende Nase haben, damit ich nach einem Tempo-Po fragen kann. Riecht ja nach Furz. Tempo-Po, was ist das? Tempo-Po. Versteht's? Nee, hör doch mal. Tempo-Po. Geil. Oh. You ready to play awesome games in my own fantasy megaverse? I hope I never wake up. Stay. Bad clown. So what's up first? A little Halo capture the flag or... Have a lovely picnic? Uh, sure. Kat, we've been talking. You do know about PC Game Pass, right? PC Game Pass? What's that? Es ist ein Mitglied der Pc-Gamer-Player zu spielen. Was ist das für ein Pc-Gamer-Dream-Land? Nur du bist eine Wäcke und du bist nicht, Helan. Tell me all about it. Du getestetet von den größten neuen Filmen. Was ist das für ein Verkauf? Von der Pc-Gamer-Player zu spielen. Das ist für ein Trainer. Es ist eine E-A-Play-Membership. Und es ist krammed in den Gunnels mit exclusiveen memberen Beinefitt und Discounts. Wenn ich an Humanen stattdessen bin, dann würde ich es für ein Gamer-Dream-Elf. und buy them for less! Huzzah! Sick! Kann ich mit meinen Freunden? Ask them yourself! Huzzah! Cool! Multiplayer! So, es ist eine Gaming-Membership designed speziell für PC-Player, und du bekommst all diese tollen Features für ein Low-Monthly-Präschen? Exactly! Du bekommst exclusive Riot Games Benefits! Uh-oh! Thanks, guys! Als ich wache, bin ich im PC-Game-Pass. Es ist wirklich ein Traum-Kleuer! Better, even. Ich finde einige der Trailer dieses her ziemlich cool. Ja! Das war... What the... Das war unerwartet, auf jeden Fall. You know, it's not often I get to say this, but that terrifying clown and his admittedly cute friends really know what they're talking about. Oh, they sure do, Mika. PC-Game-Pass is a great way to try out tons of PC-Games without having to buy them at full price. So true. Well, let's keep the show rolling with some more Trailers. Noch mehr Trailer. So. Aber heute gefällt mir auch die Geschwindigkeit der Trailer viel mehr als gestern. Ich bin wesentlich weniger kaputt im Kopf. Ja, same. So, wie es sein sollte. Ja. Ich würde mal traurig mal spielen, wenn ich sehe, Local Co-op, warum das nicht online geht. Ich habe keine Local-Freunde. Ja. 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 Aber der muss ja leider mit dem unsäglichen Jeff Ja, die sind jetzt die Best Buddies Maurice hat jetzt neue Freunde Ich hoffe, sie zeigen den Trailer aber wieder, der war cool Listen, I don't care what you were doing back on Earth Shooting hobos in tracksuits Or sweating in a bush in some godforsaken jungle This is nothing like what you've ever faced Our intel confirms enemy operators deployed in the AO And it seems like those alien freaks can be killed with light Keep your mission objective a priority And I'll see you on the other side Moving out Extraction shooter Auch gern gesehen, aber nicht mein Ding Was heißt das, Extraction shooter? Reingehen, irgendwas retten oder irgendjemanden und wieder raus Ah, okay, okay Wird sehr gerne gespielt Kann ich auch einfach die Person spielen, die gerettet wird Also ich stehe da und warte Und dann gehe ich mit Ganz ehrlich, das wäre so ein geiler Game Mode Ich würde das so feuern Jetzt kommt das RTS-Spiel, was wir gesehen haben Jetzt kommt das RTS-Spiel Ja 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 Du auch gerade Ja Du auch gerade jetzt haben müssen gegriffen hopemannen Ja Ich hatte das Hier Ja und Mä So we can strategize very precisely in this game. So, with these unit decks, you can make almost any combination of units. How many units exactly are in the game Battle Aces right now? Yeah, so we have 45 units planned for the closed beta, but we'll be adding new units every single season, so the possibilities of strategy will be endless. Now, I notice here on the intelligence bar, you can see you're teching up, your opponent is taking that faster third time, and I see you're playing like a very defensive tech-oriented game, whereas your opponent is playing a bit more fast-paced, right? Like, he's running around, he's doing the attacking while you're doing the defending. Yeah. What can you tell us about the different types of strategies that can be used for different players? So in this specific game, I'm trying to show off a more easier way to play, so you'll notice that I'm not really clicking all that much kind of thing. So my basic strategy is in tier one, I have these recall units that can teleport back to any of my bases, making it a very easy defensive option, and I'm straight teching to king crabs that are very strong at harassing enemy bases and expansion. Now, game timers and RTSs is not like a new thing, but what's interesting about this one is that this game counter is counting down. What's the story with that? Yeah, so we have a max game limit of ten minutes in this game, so when the timer reaches zero, then the game will end, and the winning player is whoever has the higher score when that happens. Now, we notice that the two king crabs you have, they seem to be on a stealth mission here. It seems like you're skirting the bottom of the map, maybe going up for a little bit of harassment, a little bit of counterattacking. Yeah, for sure. So I sent two to the back so that I can take down one of these bases, hopefully, and while playing a defensive game, but the enemy noticed that, and because he can't, he was kind of off position, that's why he went all in on my third base. and in fact brings in a huge army, but it looks like he will defend before losing that third base. Yeah, but I do have a bigger army, and I was able to save those two king crabs and bring them back, so I'm feeling pretty good about this massive attack right here. Yeah, it looks like you're pushing forward, and that is a very scary army with that many king crabs. Let's see how you end up doing. It does look like it's going to end up being a route, even taking down his flying units there. It looks like you've done a great job this game, David. Fold him in F. You know, I've got to say, guys, I've played a lot of Battle Aces, and if you want a more in-depth look at the high skill expression available, check it out at playbattleaces.com. And we'll be starting our beta very soon, in a few weeks, so please make sure to sign up for the beta while you're there at the site. And be sure to wishlist it on Steam. Thank you so much for joining us. That's all the time we have. Day nine, back to you. Oh, oops. Thanks, Sartosis and Nick Tasteless Plot, my literal brother that refers to me by my internet moniker. Well, now, Sean, Frankie told us there'd be a lot of great new strategy games in our show, and you know she was right. There has never been a better time to be a PC gamer and an RTS fan. And with the lightning-fast action of its 1v1 and 2v2 modes, Battle Aces is a big reason why. Next up, Citizen Sleeper 2. Wait, I'm sorry, I thought I was gonna... No, I thought... It's me, right? Oh, no. Well, look, look. If you don't mind... Yeah, no, no! Go for it, yeah. Well, great. I'd love to. The world of a malfunctioning android housing the digitized consciousness of a human being can be treacherous existence at the... I was supposed to introduce that trailer. Me! Mika! And then he just swoops in and steals it. Oh, you've made a powerful enemy today, Plot. Mika, is everything okay? Yeah, what? Yeah. Why wouldn't we? Okay, great. As I was saying, this new installment... Keep talking, day nine. You won't have on me for nine days left after I... Look, Mika, we can all hear your thoughts. What? How? Well, yeah, you recorded them earlier, you know, in the voiceover studio. I mean, that's the audio that's getting piped into the studio right now. Guys, can we go ahead and mute 003, Mika's internal rage dot wave right now? You got it, Sean. I'm sorry. I just, you know, I really wanted to introduce the trailer. I'm like the TTRPG girl at the night, you know. Okay, you know what? Honestly, it's totally fine. Go ahead. You sure? Okay. You've lost your memory and there's a bounty on you. Okay, wait, hold on, hold on. Where are my vengeful thoughts? Oh. Sorry, Sean. It got taped over with one of our nature documentaries. All right, well, just play that, I guess. Well, as I was saying, you've lost your memory. The Bolivian gulping iguana sounds its mating call, a noise often described as nature's dumbest sound. Oh, forget it. Just cue the dang thing. Well, in all of its uninterrupted glory, here's our first ever look at the gameplay in Citizen Sleeper 2, which I got to announce and not Sean. Wake up, sleeper. We're in trouble. Lane's closing in and we need this next contract to go right. But nothing's gone right so far. That contract Carson gave us was trouble from the start. Junie? I didn't trust her. Not for a moment. That derelict was a deathtrap. Suddenly, it was all over. But we've gotta bounce back. We've secured the contract. So let's talk, Kuru. How about Nia? She was Andy with that drone. Stopped the whole thing blowing up in her face. Or Yujin. He's a loud mouth, but he's tough as hell. Although he did forget to tell us about Vesta. Or we find someone new, but new crew have new problems. The belt is wide, sleeper. And whatever comes out next, just remember. Nothing in the belt ever runs smooth. Oh. 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 Chat is so lieb gerade. Gönnen sie's ihm alle nicht. Schreiben Herzen und so. Richtig widerlich. Neidvoller Hassherzen. Neidvoller Hassherzen. Can't really 2. Schnappi. 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 Das ist so ein Koop-Ding. Ah, okay. Sieht auch schön aus. Der erste Teil war auch schon cool. 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 Okay, krass. Gold. Bei einem RP-MMO ist es das auf der Raumstation? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nie gespielt, ehrlich gesagt. Aber Leute kannten hier schon Space Station 13 im Chip die ganze Zeit. Ich habe die 13 Teile davor alle verpasst. Ja, ich hoffe mal auch. Das ist wirklich unbeatable. Nee, nicht AI. M-M-O-R-P hab ich gefragt. Weil es gibt auch so ein M-M-O-R-P Weltraum-Ding 2D. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Anime-Sequenzen sehr selten dieses Jahr. Leute. Gibt es gar nicht. Ah, das ist es. Okay, das ist es. Alles klar. Gut, dann kenn ich das doch. Kenn ich Videos von. Das ist geil. Oh, oh, oh. Ein Rhythmospiel? Haben wir das nicht auch schon mal irgendwann gesehen? Ein Trader dazu? Das ist das Gehtneutabend- Wenn wir uns nicht mehr zeigen, haben wir uns heute Morgen. Wir sind ganz ruhig. Unbeatable. 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 Ja, 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 ja. Gute Laune. So viele Effekte. Gunilla, Gustav the Ghost. Hat Zombie schon siebenmal durchgespielt, während er den Trailer gesehen hat. Der Style ist geil, aber es passiert mir zu viel. Was für ein alter Männer-Kommentar von dir gerade. Ich bin so alt, Mann. Ja, na ja. Die sind darauf ausgelegt, dass viel passiert. Ja. Aber der Style ist total gut. Ja, ja, ja. Ich schreib's mal auf, vielleicht war der Trailer nur so wild geschnitten. Vielleicht kann man das ja auch reduzieren, wenn man spielt. Warte mal. Ist das etwa ein Computerspiel? Corekeeper. Geil. Hab ich schon so lange nicht mehr gespielt? Ja, ja, ja. Hab ich schon ewig nicht mehr gespielt. Oh. Hattest du das mit Tobi zusammengespielt? Nee, das hab ich allein gespielt. Im Stream einfach immer. Das hat echt Spaß gemacht. Vielleicht irgendwann nochmal Multiplayer anfangen. Die Hälfte davon kenn ich gar nicht mehr. Ich kenn gar nichts davon. Keine Sekunde gespielt. Oh, ist echt ein gutes Spiel. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Ja, das glaub ich gerne. Also ich hör nur, nur Gutes rüber. Boah. Boah, die Animation der Gegner ist ja auch krass. Mhm. Kämpfe sind auch geil. Oh, das ist ein Wunderschöntgerät. Oh. Das ist ein Wunderschöntgerätig. Corekeeper's upcoming 1.0 launch und Twin Stick Shooter's Odinfall coming to Early Access later this year. Okay, Mika. I can't wait to show everyone our next game and it's so exciting, I'm going to need to stand up for this. I should stand up too. Okay, yeah, sure. Okay. It's hard to think of a better combination than the team behind the gloriously gory Medieval Warfare Slasher Chivalry 2 and this classic zombie survival horror game that started out as a mod for Half-Life 2. Brace yourself for eight-player co-op, permadeath, and the terrifying cinematic experience of No More Room in Hell. So let's take a look. Oh. Yeah, you're going to want to sit down for this. But I just stood up. No More Room in Hell 2 is a permadeath horror co-op game. You start with a flashlight with no weapons and you're exploring in the dark and you're trying to find your first friend and your first weapons to get some safety. You find more gear, you find more people. It's suddenly four players, six players, eight players, up to that final showdown at the power plant. The hordes of zombies are pouring in and are using explosives and assault rifles to overcome that final challenge. Like with Chivalry Combat is the first thing we focused on, being Torn Banner. We want that game feel just really intense and it's part of the immersion. Every run is different. We're looking at how do we deliver the Hollywood cinematic experiences. How do we put you in a place that you've never been to before, I'd really like Project Zomboid in the graphics scene. And the fun becomes, how long can I survive the zombie apocalypse? That's so cool. I'm a little bit out. So Zombiespiele. I feel I can't. Oh, no, no, no. It must be a good game. Yeah, that's true. Yeah, that's true. Oh, no, 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 no. Yeah, that's true. Ah, und schon wieder der Schleif. Ja. Aber der Bär! Stride. Was war das? Eine Mischung aus Rust und... Metro? Warum hat mich das erschrocken? Der kam fünf Arre auf mich zugelaufen. Ich hab grad nicht mal hingeguckt. Ich hab in den Chat geguckt, guckt zurück und dann war er vorbei. Hey, du magst dir das immer wieder. Yeah. Warum hat der mich so erschrocken? Was soll das? Kauft unsere Drogen, Chat. Kauft unsere Drogen. Sarkov City? Habst du nicht schon mal gespielt? Nee, so wenig ist. Looks kind of sweet. Ah, Zero Seawert. Ja, das haben wir schon mal gespielt, glaub ich, ne? Zero Seawert nicht mehr. Oh, Age of Jürgen. Hey. Oh Gott. Oh Gott, meine Augen. Siehst du irgendwas? Erkenntst du irgendwas? Nee, meine Netzhaut brennt gerade. Auf. Was? Insolid. Wie hieß das? Was? Ich hab keine Ahnung. Insolid. Was? Das war viel zu hell. Ja. Deckbilder Battle Royale? Okay. Ja, Infernee. Ja. Okay. Hab ich schon gehört. Okay. Incolatus. Ich schreib mal das auf. Das Bunte schreib ich mal trotzdem auf. Dankeschön. Ich hab grad drei Tomaten bekommen. Dankeschön. Komm. Okay. Okay. Find ich cool. Das erinnert mich ein bisschen an Speedrunners. Ja, ja. Speedrunners sind 3D. Definitiv. Aber weniger wacky und mit weniger walljohns. Aber geil. Holy shit. Das schreib ich mal. Ja, Mann. Aber ich hab mein Hühnchenkostüm. Desperant. Cool. 66. Ja. Okay. Goyle. Wird is now. Gore meets parkour in Death Sprint 66. And here I thought the worst thing that could happen while jogging is jogging. Now, you've heard of motorbikes and motorboats. But how about motor brooms? In Crescent County, you can escape to a beautiful and wholesome island of witches. Where you don't just fly around on boring old wooden brooms. You suit them up, trick them out, and use them for drifting, racing, and running a high-speed delivery service. Let's take a visit to Crescent County. Okay. Okay. We'll put your service on the bass, ya. Okay. Yeah. Okay. Oh, okay. Der schiff mir die Bank ein, der sagt, besuchen Sie sich arbeit'n! Hör du, was auf Pilzen! Was? Ha! Junge, Junge, Junge! Er spricht mich auf merkwürdige Art und Weise an! Ich mag das Racing-Segment irgendwie am meisten hier. Ja! Aber warum heben die Besen nicht ab, warum bleiben wir auf der Straße? Das ist, äh... Wie hieß das nochmal? Und jetzt bin ich sehr glücklich zu sein, bei Crescent County's Creative Director, Anna Hohenreich. Crescent County, ja. Anna, vielen Dank für uns. Vielen Dank für mich. Ich bin so glücklich zu sein. Das war ein tolles Trailer. Ich bin so glücklich zu sein. 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 Okay, so talk to me a little bit about where the idea for Crescent County came from. Ja, ist hier ja... Ich bin so glücklich zu sein, wo ich mich zuerst ausfיט. Ich kann nicht den Wichteck-Masher machen. Ich bin so glücklich zu dem Wichteck-Masher machen. Ich bin so glücklich zu home. Ja, ich bin es gemacht. Ich bin Ellyn, ich bin aber zu Comic-Con, ich bin über die Zeilen, und ich bin gearbeitet. Ich bin vor allem für immer in den Schriemen auf Fall Guys. Ja, ich bin so glücklich. Aber ich wusste, dass ich nicht so glücklich zu einsetzen, sondern auch ich würde nennen. Ich snakefeste aus, ich würde mir nicht wieder vergessen. What about it excites you the most, though? Crescent County looks amazing, Sean, and it is just oozing with charm. And if you want a Crescent County and all the other great games you've seen on our show today, they're all located in one place. Was haben die Leute gegen Shortlinks eigentlich? Keine Ahnung. Ja, die Bitlys, keine Ahnung. Vielleicht, wenn man sich verschreibt, dass man auf einer malicious Website landet. Die können ja auch über pcgamer.com slash ssf oder so machen, keine Ahnung. Ja, du kannst dich ja selber benennen, ja, richtig? Ja, ja, keine Ahnung. Hup. Was? Ach, so geht das. Oh Gott, süß. Aha. Okay. Kann ich das Schiff dann auch wieder in die Flasche zurück machen? Das ist eine gute Frage. Und sind die Menschen da auch drin? Ja. Nein, Hilfe. Das ist egal. Okay, okay, okay. Siebter Juni, hm. My name is Sam Walker. Der hat Battle Royale gewonnen. Bei mir ruckelt es gerade und der Ton fällt dauernd aus. Bei dir auch? Nee. Okay, ich mach mal F5 gerade. Entschuldigung. Ich muss ganz kurz mal, oder warte mal. Oh, kacke. Ist mein Internet weg? Please no. Oh, oh. Soll ich warten? Soll ich pausieren bei mir? Out of memory, willst du mich verarschen? Nee, alles gut, alles gut. Ja, out of memory, sagt der Browser. Aber warum? Ich hab sonst nichts offen. Ich hab nichts offen. Ich hab nichts offen. Ich hab nichts offen. Ich hab nichts offen. Cool, ich hab movies. Wir sehen ein Turtle in Time-ähnliches Spiel gerade, Eric. Aber es ist nicht Turtles in Time und auch nicht Power Rangers. Ja, ja, ich bin da. Ich spule ein bisschen vor. Oh, ist das ärgerlich. Ich hab ein paar Tabs gesehen. Das sind nur... Was sind das? Vier, fünf Tabs? Keine Ahnung. Das ist G.I. Joe, Wrath of Cobra im Turtles in Time-Style. Ja, und jetzt Everholm. Da bin ich jetzt auch. Okay, gut. Jetzt findest du da. Sehr gut, sehr gut. Okay, er spult gerade noch ein bisschen vor. Und jetzt fängt er sich auch nicht wieder... Ja, okay. Oh, sweet. Okay, sie beschwört Kometen. Everholm. What? Und ich hab noch gesagt, der Rechner braucht mehr RAM. 32 reichen für nichts. Nee. Mittlerweile kaum. Na gut. Na gut. Ich hätte gern was von dem Spiel gesehen. Ich weiß leider gerade nicht, wie das heißt. Vielleicht kann mein Chat mir da helfen. Welche sind die? Ja, wo du einen Typen spielst, der durch die Zeit reist und dann nimmst du an solchen Renaissance-Ritterkriegen teil. Aber du bist halt aus der Moderne und hast moderne Waffen. Das war komplett abgefuckt. Klingt schon mal sehr gut. Weißt du, wie macht die das heil? Kingmaker. Kingmaker, okay. Danke. Ja, das schreibe ich mir auch schon mal auf, Kingmaker. Ja, hatte ich mir auch gerade mal aufgeschrieben. Hört sich spannend an. Das hier ist aber auch super interessant aus. Step-dose-Club. Okay. Ah, das hatten wir schon gesehen. Das haben wir schon gesehen, ja. Oh, ach so, jetzt geht's weiter. Ich hab Kingmaker schon mal Liste. Okay. Naja. Ah, Cats Quest 2. Drei. Drei. Drei müsste es sein mittlerweile, ne? Ja, ja, ja. Ich hab immer noch nicht einen Teil gespielt. Ich weiß, Schande. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die sollen super, super, hyper gut sein. Ich hör auch nur Gutes und Chat war auch so begeistert und hat gesagt, warst du so kein Teil gespielt? Ja, ja, du hast doch gar keine... Du nennst dich Gamer, du Arsch. Ja. Menno. Sieht auch gut aus. Sieht alles sehr gut aus. Mhm. Ja. Am 8. August. Am 8. August und September werden heftige Monate. Das kennen wir schon. Die Dame mit Blame im Hintergrund. Ah, stimmt. Ja, ja. Ja, richtig. Ja, haben wir schon zweimal gesehen. Easy. Aber der noch geil. Der noch geil. Jop, 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 jop. Das ist jetzt neu. Das ist jetzt neu. Dutch Angle, of course. Hold on. Butt guy's in the chat. Let's see what they have to say. Pants are prison for the ass. If that's what you want, Sir Mix-A-Lot. You know, if we combo all the different things that they want to see in frame together, the ratings will go up even more. Chat is loving it. And no matter how crazy the audience requests are, we have to satisfy them or else the show will be canceled. Fuck. But don't worry if things do go wrong. This is reality TV, after all. Just pick a new cast, start the season over, and maybe this time we'll make it to the series finale of The Crush House. Go ahead. Cool. Was ist es? Was macht man? Alles, von allem etwas. Höher. Hä? Okay. Go-Go-Town. Ich hab's nicht verstanden. Oh, meine Chem ist weg. Bei mir nicht. Nur bei mir. Nur bei mir. Dann wird Erik auch gleich bestimmt weg sein. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Star Trucker. Tobi! Tobi, let's go! Wir brauchen eine Lieferung ins Swarovski-System. Ist es so ein Spiel? Einfach? Star Trucker. Ich weiß nicht. Euro Truck Simulator nur im Weltall. Oh, hm. Geil. Okay, könnte gut sein. Oh, es gibt so schöne Ideen. Coming up in the PC-Gaming-Show. Oh, was das denn? Das sah sehr süß aus. Wenn's dieser Zeichentrick-Animationen gibt, wie cool animiert die inzwischen auch alle sind, ne? Mhm. Das haben wir auch schon gesehen. Oh. Trust me, when I say I know what it's like to wait for a big release to arrive. This particular download has been queuing for months. But, fans of Extraction Shooters, and I'm talking about the Extraction Shooter, the one that kicked off an entirely new genre, don't have much longer to wait. Multiplayer FBS Escape from Tarkov has been in beta since 2017, but is now preparing for its heralded 1.0 release. Here's a look at what's coming when the granddaddy of Extraction Shooters goes gold. Is it this thing, that's why it's so viel Aufruhr gab? I think you got to the arena, but you still got back, right? Champion. Ja? Ah, okay. Ich glaube, ja. Ja. Ja, 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 das war das, ja. Liebe Motz, wir können die Buchung zulassen, glaube ich. Lassen Sie einfach mal stehen. Ich weiß, warum. Ist okay. Gegenüber der Community… Ist zwar… Scheiße, ja. Richtiger griff in den Arsch. Ich glaube, ich werde dir wieder zeigen, was du stehst, Mann. Der Weg wird die vorhanden. So ist es? Gieriger Entwickler schrecklich Publisher, Game-Modes auf einmal hinter Paywalls gepackt und so weiter. Sehr lange, ja, 500 Euro Edition für Singleplayer, ja, also, ja. Lasst uns auch mal den nächsten Trailer gucken. Ja. Sehr, war sehr uncool. Ah, ja, ja, ja. Sieht schon besser aus. No Jump-Button? Eines der ersten von Mad Mushroom, ne? Kostet 10 Dollar, die machen gerade eine Woche lang Speedrun, kannst du glaube ich machen, ist glaube ich eine Woche, mit 10.000 Dollar Preisgeld. Bei dem Spiel? Ja, zack war es bei Steam auf der Startseite. Das war smart. Sehr gutes Marketing, sehr gut. Ja. Das sieht doch gut aus. Das haben wir schon gesehen vorhin, ne? Oh, Funk ist wieder weg bei mir. Wo bist du denn hin? Jetzt musst du einfach nur mein Cache aktualisieren. Wo bist du hin, lieber Funk? Oder? Ja, ja, ja. Ist doch ein anderer Rechner. Warte, ich komme wieder rein in den Raum. Ach, bist du gar nicht, bist du gar nicht im Raum gerade? Ich komme jetzt einfach wieder neu rein. So. Achso, achso. Ah. Ja, deswegen war es so. Okay. Bei sich war er auch weg. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Let's go. Das fand ich voll schön, ja. Mhm. Das sah ziemlich cool aus. Heute war ein starker Tag allgemein. Heute war... Krass. Mhm. Ja, aber ja, von. Bei der anderen. Wir sind ja noch nicht durch, ne? Nee. Nanu? Man. Man. Sie hat gar nicht Learning und Sie fans auf believes, das sieht merkwürdig das sieht nicht so neu aus aber wenn sie gleich rauszoomen und man kann das alles strategisch machen dann bin ich überrascht doch nicht was ist sicher das sieht aus wie ich das wäre ein handy game und das meine ich nicht nicht sehr böse aber ich dachte gerade ein handy-game okay weißt du was ich hau mal ganz kurz den banana enjoyer für eine woche raus ich bin kein fan von seinen kommentaren aber nicht dass es der war der das spiel kreiert hatte das kennst du schon hast du gesagt hier das hat man schon gesehen also wir hatten dazu schon ein trailer wenn das das war doch da war schon ein trailer zugesehen war das gestern 100 pro ich bin mir sehr sicher habe ich zwei spiele anscheinend einfach verdrängt genau mit dem ben herr mal auf jackett am ende wo ich gesagt habe das war was für die mods aber fang auf klo ok 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 ich sage es aber wir sind nicht ein paar Millen weiter durch die Ende des Schell Nien Ne oh hey 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 Sean are you about to yell no und dramatically wave your fist in No no I just thought I was gonna sneeze Oh Anyways as you were saying Right well we don't have much left in the show so it's time to Sorry it turns out I am allergic to shows nearing conclusion Ja, das ist auch schön, weil man gesehen in City Builder. Wir haben das süßte Studio Ghibli-eske gerade noch nicht gesehen. Das mit den Capybarras haben wir auch noch nicht gesehen. Ja. Den auch noch nicht gesehen. Ich dachte, jetzt kommt wieder das Cyberpunk-Ziebbilder. Es gibt 2,000 von uns leften und wir können uns nicht wiederholen. In unseren Schiff's closed-ecosystems, resources sind finite. Nichts kann zu wasten. Every bit of scrap muss man sich salviert, reclaimed und repurposed into was wir brauchen, um zu überleben. Materials, Food, Water, Air. Wir können nicht immer gut arbeiten mit uns. Wir können uns schwabble, wir können uns blabble, aber wir sind alle, die wir haben. Als wir ein balanced-ecosystem entwickeln, Jahre werden wie Minuten. Wir müssen uns auf jeden Fall und auf das Unbekannte. Wir sind nicht nur lernen, um ein ein Leben zu entwickeln. Jeder auf dem Board ist living ihre eigene Geschichte. Und deine Geschichte wird anders aus meiner. Wir können uns nicht die Fehler, die uns aus unserer Haus geraten. Denn jede Entscheidung, die wir jetzt machen, wird entscheiden, ob die Mensch eine zweite Chance erhält. Verdienen wir nicht. Es sieht irgendwie gut aus, aber irgendwie Es hat mir jetzt auch wenig gebracht. Aber ich bin eh nicht so der Städtebauer. Na, ich schon, aber irgendwie war es so. Na, gucken. Ja, guck mal. Das sieht sehr registrisch aus. Wow. Krass. Unreal Engine 5, glaube ich. Krass. Das ist wie Coffee Talk, ne? Du hörst zu und entscheidest dann. Mhm. Ja, ja. Wirkt auch so. Textboxen fehlen mir ein bisschen. So, rather than repeat the failings of Earth in the past, you need to find a new way to develop a society that is sustainable and can thrive. Your job is to make sure that you shepherd humanity successfully to the destination planet and that they live to get there and there's enough people to keep humanity going. Players' goals differ a bit from traditional, recognizable city builders. Where, yes, you know, you're still having to provide the basics for your society. Food, shelter, clean water. But there's kind of this unquestioned notion that we see both in a lot of strategy games, but also just in the world around us where it's like, oh, well, when we need more resources, we can just keep extracting, we can just keep growing and growing and growing. It's simply not possible to keep expanding forever. And that is a thematic element of the game for sure. But a part of that has come from just looking at the industry around us, where all the goals are just like, what are the returns for the next quarter? You know, we see the harm that is caused by that single-minded focus on how can we extract as much value in the short term. And the people who are the harmed the most by that are the thousands of people who in the last six, eight months have lost their jobs, right? So as you make your way through the game and progress through the game, rather than just infinitely getting bigger, it's about becoming more regenerative to like use only what you have around you because there's no external source of anything else. Fundamentally, you're on a spaceship. You got what you got. What we wanted to achieve is to take a relatively recognizable set of city building mechanic, but having more narrative and story elements there as well. Because the thing that is so rich about city brothers is that they're so systems dense and that game state is all very much driven by the choices of the decisions of the players from the game, but the other thing you saw, it's too. Look at all that. Also, ob das jetzt nur bewegte artworks sind, oder ist das auch ein Spiel? Kicking and screaming. But in a good way. Where rather than, you know, just like, everyone's gonna play through the game and it turned 15, this thing happens. Then it turned 25, this thing happens. Instead, you can just have authored narrative events that are reactive to whatever choices you've made, like weird ecology things that are occurring aboard the vessel or- Their situation. Their crises. Yeah. Small and large. We're able to provide the player the ability to make consequential specific decisions that are divorced from just the pure systems of the game, which then informs the events that will occur in the future. So that at the end, there will be echoes of the decisions you've made along the way. It should feel like the journey to get there is one that you uniquely experience and the conditions that you finish with are ones that are reactive to all the decisions you've made leading up to that point. The game can be wishlisted right now on Steam and folks can also just go to sonderluststudios.com to sign up for our newsletter and learn more as we roll things out. There will be more delicious tidbits in there. Hmm. 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 Aus einer schönen Intention auch mit der Message. Ja. Ja. A huge thanks to the good folks at Sonderlust for letting us take a look inside their new sci-fi city-builder generation at trial. It looks incredible. Wovor? Ah, egal. Aber wo ich nur in den Raum stellen. Von der Menschheit? Das auch. Das ist aber ein anderes Thema. Oh. 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 Ah, das ist schon sehr nett. Ah, das ist schon sehr nett. Ich dachte, wir wären am Ende. Jetzt kommt noch mal, wie heißt es? Rekas, genau, hatten wir auch schon ein paar Mal gesehen, aber schön, wir haben ein paar mehr Sachen erfahren jetzt. Geil. Mal gucken, ob sie diesmal das Fenster richtig bauen. Ich hoffe, sie bauen uns nicht zu, bauen ein kleines Fenster rein, das würde mich schon sehr innervieren. Okay, das war es. Das ist halt ein Loch in der Wand, das ist kein Fenster. Das ist ein Fenster, wenn man es will. Dein Hosenstall ist auf. Oh, ein Fenster. Das sieht schon sehr, sehr schniegelnd aus. Demo kann man jetzt schon spielen. Ok, Demo getockt ist so gut. Ok, 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 ok. Das hat man glaube ich... Ne, das war das nicht, oder? Ne, ist ein anderes. Geil! Blue Prints. Blue Prints. We are the only ones celebrating an anniversary. Eye by Power is hitting a major milestone of their own, having been around for 25 years. Eye by Power is a fully independent and leading manufacturer of high performance pre-sort. Ich dachte kurz wäre das Rocket-Logo. Das alte. Aber Rocket gibt's ja nicht mehr. Gibt's Rocket nicht mehr? Gar nicht mitbekommen. Rocket wurden aufgekauft von Turtle, äh, wie heißen sie? Hab ich gar nicht mitbekommen. Und die werden jetzt nach und nach alle Rocket-Produkte einstampfen und halt als neue Turtle-Produkte rausbringen. Turtle Beach, genau, danke. Oh krass, schon ewig? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Vor anderthalb Monaten knapp. Okay. Deswegen, wenn ihr noch Rocket-Produkte habt, lasst die eingepackt für Sammlerwert. Hm. Ich schau mir auch gerade um, ich hab nur Rock. Hm. Ja. Aus Gründen. Aber, okay. Hm. Wart mich warum. Ach, guck mal hier wieder. Das sah sehr gut aus. Ja. Hm. Hm. Rocket wurde aufgekauft. In dem Fall verlieren Produkte massiv an Qualität leider. Hm. Lock. Dieses Lock einfach nur das Spiel? Ich hab drei Buchstaben gerade besucht bei mir. Dann die LOK war nur ein Wort da drin, glaub ich. Okay, das heißt auch Lock. Okay, du hast recht. Das heißt Lock. In a world. In a world. In a world. Besser Satz ever. Lange nicht mehr gehört. Hm. Hers. The Black Ops Chronomancer. Her team of needlessly fancy goons have brought the world to the break of war. And only one group of mismatched rejects stands in her way. A disgraced retired Navy Seer. Who can see every possible future. But can't remember his own tragic backstory. Oh, wie cool. Ist das ein echtes Spiel? Oh. A private investigator whose mastery of lightning is devastating unless her enemies aren't standing their windows. The Necromedic. A surgeon who turned to death. Lass das bitte echt sein. When she lost her medical license. She can heal you. But she'll have to kill you first. Was? Bitte lass das echt sein, ey. Okay, das ist cool. Der Seer gerade ist echt und die Demo davon soll echt gut sein. Die Demo von Mish. Pfff. Du hast total beworben. Die Demo von Mish. Und die Demo. Die Demo von Mish. Die Demo von Mish. Trauma, das ist schon sehr, sehr geil. ,,Twint, die Demo von Mish. Wird gemacht. Wie gut. Wow, what a show so far. I'm absolutely loving it. And don't forget, you can do more than just watch this amazing line-up of games. You can play them too. Visit the PC Gaming Show's Steam page to wishlist all the titles you've seen on today's show, all in one convenient, clickable place. Now, do you love history? Do you also love lists with between 9 and 11 items on them? Then today is your day. For our 10th anniversary, we've counted down the 10 biggest moments in PC Gaming over the past decade. You can see where your favorite moments landed by visiting pcgamer.com for exciting events. Ich wollte doch sagen, hatten wir doch schon am Anfang. Ich dachte auch. Right. Time to grab some friends and head for the sky, where you can turn floating islands into your personal Skyships. Das game war schon lange bekannt, ja, aber mir nicht, Gaara. Mir und Erik nicht. Alle wissen das. Und ganz vielen anderen hier auch nicht. Hallo, ich bin Manuel Bergeron, Founder und Kreditdirektor von Astralab Interactive. Es ist mein größtes Glück, dass wir gerade eine neue Multiplayer-Demo für unser Game Aloft, ein sandbox-survival-game set in the sky. Schauen wir uns auf unseren neuen Trailer für ein paar weitere Überraschungen. Enjoy. Oh, noch was anderes. Das hat man gespielt, Aloft, ja, das hat man schon gespielt. Das war echt cool. Das Shihiro-Spiel kam noch nicht, nee. Das war echt ein richtig schönes Spiel. Ich glaube, wir haben auch nur die Demo gespielt, ne? Wir müssen mal die Vollversion spielen. Multiplayer. Oh. Im Herbst kommt's noch alles. Oh. Ah. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon. Das ist das Saubermachspiel? Ah, nee, das ist... Nee, das ist die Plattformer, oder? Genau, das andere. Ja, 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 der Plattformer. Das, was du vorher schon auf dem Schirm hattest. Hm. Genau. Oh, look at this mindfuckery. Ja, muss ich gucken, wie das funktioniert. Ja, ist schon geil. Dann können die rüberkommen, okay, die können rüberkommen in deine 3D-Welt, alles klar, und verschwinden aus der 2D-Welt. Okay, verstehe. Ja. Okay, verstehe. Wild. Heißt, aber du darfst in keiner der beiden Welten sterben, nehm ich mal an. Hm, nehm ich auch an. Du kannst ja auch in der 3D-Welt runterfallen, auch wenn du es in der 2D-Welt nicht tust. Mhm, mhm, mhm. Wow, das sieht wirklich sehr ghibli-esk aus. Ja, das sieht wirklich sehr ghibli-esk aus. Okay. Braucht man ein Hotel? Ja. Das sieht so aus. Crafting Station, ich bin bereit. Oh. Elefantenpaketpostbote. Hm. Wie schön, Hotel Galactic, ja, rein da. Wunderhübsch. Doch dann kam die Feuernation. Äh. Es gibt also auch böse, das dulde ich nicht. Andere Hotelunternehmen bestimmt nur. Wir werden Waffen kaufen. Ah, Kickstarter. Ah, der Kickstarter-Launch im Juni. Kickstarter. Kickstarter erst mal. Dann dauert es noch ein bisschen. World Premiere? Oh. I-I can sort this, right? I just need time. Don't you answer me back! You're fired. You hear me? Fired. Jesus, Gregor. Gregor! Oh. probable. Oh. 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 Still. Oh, das habe ich, glaube ich, schon auf der Liste. Also, nicht auf der hier. Das sah richtig gut aus. Oh, ja. Aber das habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm schon. Ich habe es mir trotzdem nochmal aufgeschrieben. Voll geil. Oh, nice. Das sind die Everybody's ganze Rapture-Macher. Dann spiele ich es auf jeden Fall. Oh, okay. Oh, geil. Kommt in neun Tagen raus. Hä? Oh, du bist immer das, Mika. Oh, ich weiß, ich bin immer das. Und du weißt, was ich noch einen großen Teil übernehme? Es sind die Entwickler in der chinesischen Runde, die zurück in ihren Routen für mehr First-Person-Horror. Still wakes the deep, sieht atmosphärisch wie hell und positiv chillend. Amen zu that, Mika. Und hey, speaking of chilling, Get ready to side-scroll your way through a 2.5D post-apocalyptic zombie survival with Into the Dead. Set in 1980s Texas, you are charged with gathering resources, managing party members, and crafting items, all whilst hordes of killer zombies try to jump down on your brains. And what's worst of all is that this is taking place during a scorching heatwave. Oh, my God. And as someone who lives in California, I can confirm that's way worse than zombies. I feel you. I mean, my family's Irish. I get sunburned by the moon. Oh, my God. Hahaha. Hiss. Das sieht irgendwie sehr interessant aus. Hi PC Gaming Showcase, I'm Tanya from KitFox Games and I'm here to show you three different games today. Da hinten ist Boyfriend Dungeon. Oh, Drawf Fortress wollte ich immer mal anfangen. Braucht Drawf Fortress noch Werbung? Eigentlich nicht. So erfolgreich. Gott sei Dank. Ich gönne dem beiden alles. Das habe ich auch schon. Cool. Geil. Äh, Farooq. Ich habe es auch nicht gesehen. Geil. Geil. Will you survive in Fortuna? Will you be a thief? A cook? A smuggler? An artisan? A trader? The city is a richly generated sandbox. Each citizen living their simulated life. Cool. So was mach ich mal. knowledge to your advantage. Romantically. Or politically. Live your other life. In streets of Fortuna. Eine simulierte Stadt würde ich mir so gerne für Cyberpunk 2 wünschen. Wo alle Einwohner ihr Leben haben und so. Blablabla. Das wäre cool. Das wäre mega geil. Das wäre ein bisschen. Ja? Ich glaube nicht. Also ich habe die Übersicht verloren, wenn ich ehrlich bin. Ich äh. Oh. Hm. Oh. Cool. Ich liebe die Ideen der Spieleentwickler einfach. Dieses Jahr ist so vielseitig einfach, ne? ist so stark. Rise of the Golden Idol. Netflix, okay. Alter. Ja. Interessant. Das war das Rise of the Golden Idol. Once again inviting you to unravel the truth being a tangled mystery. Now, take a look at a game from our friends at Hooded Horse. Die haben von einer halben Stunde gesagt, ja, die Show ist da gleich vorbei. Ja. 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 Ich bin froh, wenn ich mehr Spiele angucken kann, die ich mir nicht aufschreiben muss. Weil es sehr selten vorkommt dieses... Und das heißt ja nicht mal, dass wir die Spiele scheiße finden. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir in Zeit zurückkommen. Vivian, siehst du, was sie noch tun kann? Nein, siehst du nicht. Every day we find. Nani? Nani? Oh, okay. Tales of Seku. Da bin ich hin und her gerissen. Ich lass es erstmal noch weg. Da bin ich raus. Ich guck mal. Ich schau mal. Ich weiß noch nicht genau. Parity. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Willkommen, Ivan der Wachter-Tür. Hm. Island of Wands. Okay. Du bist dann Kameras wieder weg. Liegt es an mir oder an dir? Oh, liegt an mir bestimmt. Nee, liegt an dir. An mir? Ja, diesmal an dir. Ah, kacke. Du musst mich refreshen. Ja, warte, ich refreshe dich, dann bist du wieder frisch. Äh, wo ist du denn da? Flop. Huh. Okay, bin ich ausgelockt vielleicht? Nee, nee, bei mir bist du noch im Call drinne. Okay, ich seh dich auch im Call, aber du bist am Ruckeln wie Sau bei mir. Oh, vielleicht ist es mein Internet, warte mal. Yo, ist mein Internet, Entschuldigung. Oh, shit, okay. Weil ich krieg dich auch nicht auf S ein. Okay, ja, ja, Entschuldigung. Hagi. Ich probier nochmal. Oh, shit. Läufst du bei mir aber halbwegs? Ja. Ja, ich krieg dich bei mir nicht mehr rein, leider. Nee, nee, ist auch gerade bei mir irgendwie alle Tee doof. Ich geh mal hier raus. Okay. Ich muss mal bei dir mal einen Backdrop machen mit deinem Gesicht. Stormform. Du hast gerade aufgelegt, ne? Ich bin noch im Call. Ja, okay. Ja, ja, weil bei mir... Okay, okay, okay. Schlechtes Radio alles. Jetzt hat mein Internet, glaube ich. Oh, ja. ...the creators of Dead Cells. These cute characters are a peaceful village now threatened by a massive vortex of doom. So, they train up and become fearless warriors to fight back in an attempt to save their world. Using a cool thruster, you can dash at lightning speed, letting you dart across the stage, dodge out of enemy attacks, or find new areas and secrets. Through each run, you'll be able to equip different gear and upgrades, creating powerful synergies between them. For example, switching weapons at the end of a combo will let you unleash a super powerful move called an Ultra Attack. If you can time it right. Jump online with up to two other players, meaning you can mix your builds with your friends and find the best combinations to carry you through the diverse biomes. Windblown will launch later this year into Steam early access. Player feedback is super important to help us craft a game that you guys will love to play. Nee, ich guck mal, hab ich gleich gedacht, wenn... Ja, erst mal trailer gucken. Erst mal trailer gucken, ist wichtiger. Genau. Dafür sind wir hier. Brownie, danke für den Raid. Herzlich willkommen, hallo, 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 hallo. Folks, we are in the final stretch of the 10th anniversary PC Gaming Show. Ja, das hast du schon mal gesagt. But that doesn't mean we are winding down. We are in fact amping up. That's right. We're wrapping things up today with not one, but two world premiere trailers in a row. It's like buy one, get one free world premiere. No, 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 Sean. That coupon expired in 1989. So we won't be here. Oh, well, that's too bad, except, ah, look at this. This is our 10th PC Gaming Show, which means I get a free world premiere. Look at this guy. Thanks to Sean's Grandmaster-level cardplay, let's check out two big world premiere trailers to cap off our show. So kurz vor Cringe, so kurz, aber immer noch sympathisch. Oh. Huh? Oh. Oh. So krieg ich also mehr Zuschauer. Oh. Geil. Oh. Okay. Okay. Okay Und noch eine World Premiere Ist man da auch eine Kanone? Hatte gerade ein bisschen... Oh mein Gott, die Stile Ich habe mich gerade gefreut, dass ich das nicht aufschreiben muss Oh Okay, muss ich nicht aufschreiben Trotzdem sieht es unfassbar cool aus Geiler Grafikstil Ich hätte mir etwas Mystisches, Horroriges gewünscht Ach, Quatsch Aber das ist auch okay Oh, schön Danke, Tom Kommen wir halt noch ein Bild rein, sehr gut Na, das war's Schon war's viel zu kurz Hätte sich auch sparen können, die haben ja kaum was gezeigt Schade Und ich meine, wenn du in die Show für 10 Jahre lang Franky! Ich bin hier wieder, da? Nein, ich probiere nochmal. Für die PC-Gaming-Show Most Wanted. Ciao, ciao! Großartig! Bye, bye, bye! Bye, bye, bye! Auf Wiedersehen! Goodbye, bye! Goodbye, now! Bye, bye! guten einkauf post apocalyptic vibes let's go back get this camera away from me we're going back to the start here it comes i got it this is the take i've got a little cake to celebrate yeah yeah i know how to read what am i doing all right one more time here we go because i can't say atmospheric as balls are we allowed to say that is that helpful sweaty balls i don't know why that's the noise i chose to make but whatever and published by microsoft surviving of this surviving i know i just tripped it all right i can do it again cue the upbeat soundtrack i was drooling all over my face for some reason so how about that passiert mir auch so oft einfach sabbat beim sprechen ja habe ich auch oh mika i prefer how about you sean do you want to play windows die haben auch technikprobleme that was dumb enough for me i'm ready for the next one all right bye 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 you